Bonjour, Herr Ulrich. Ja, hallo. Ich bin auch schnell auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk. Na wunderbar. Da empfehle ich Teledat USB 2AB. Nach einer schnellen Installation durch Plug & Play können Sie damit blitzschnell durchs Internet surfen. Surfen? Oh, durchs Internet. Sprinten. Mit einer Datengeschwindigkeit von bis zu 64.000 Bit pro Sekunde. Und wie schnell ist das so? Der ISDN-Adapter Teledat USB 2AB. Jetzt im T-Punkt. Das wünsche ich mir. Und dank Teledat USB 2AB können Sie neben Ihrem PC noch zwei analoge Endgeräte anschließen. Zwei? Ja, sozusagen als Team. Der ISDN-Adapter Teledat USB 2AB. Jetzt im T-Punkt. Das wünsche ich mir.